Servus Guzzi und Hallo, DK ist wieder da und wir gehen los zu Graf Zepparin. Und in ganz klassischer Megaman-Manor. Geht's hier los? Stage 1 Schlupfwinkel des Teufels. Sehr interessant. Ich finde es gut. Oder auch nicht. Ich stelle mich wieder mal blöder an, als die Polizei erlaubt. Und... ja... Willi darf heute mal arbeiten. Da diese Stage mit Monstern nach euch wird. Einer dürfte reichen. Verdammt. Jetzt dürfte er reichen. Da da... Da da... Da da da... Da da da... Waaay! Ha 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 ha! Woher kenne ich die Megamanor? Hopp. Hopp. Wie gesagt, die Kreuze hier sind... Wer hätte das denn erwartet? Wer hätte das denn erwartet? Oh, doch! Obwohl das sogar einfacher war. Ha 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 ha! Angst! Ha, die Stage ist doch geil. Au! Mir ist das egal. Ich tropfe jetzt neben. Verdammt. Tut er doch nicht. Runde mit uns! Wo ist er denn, der Lustatem? Komm! Runter! Ach, doch nicht runter! Ich wollte doch nicht runter! Uhhh... 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 Neiiiin! Uhhh... Ich kann's halt doch noch! Kleine Referenz... Dr. Cossack Stage... 1... Und es wird uns kein Drache erwarten. Sondern aber ganz was anderes! Ne Wand! Ha ha ha! Ah! Ja! Das erste Mal, dass ich sowas geschafft hab! Neiiiin! Wie fehl bin ich? Zu fehl. Halb! Jaaa! Ja! 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 Schaut mal, ich bin hier gerade etwas eingetüddelt. Mein Headset hat sich gerade unter meinem Stuhl verfangen. Und hopp, und hopp, und hopp, und hoppa. Hallo, tschüss. Oi, oi. Und hopp. Diesmal machen wir es richtig. Hallo? Warte mal, geht hier vielleicht die ganze Zukunft? Aber sowas von. Boah, hab ich aber Glück gehabt. Knapp. Der letzte Schuss, sozusagen. Und da fliegen die Kreuze hinüber. Das war's. Ich bin die Kreuze, die euch in der nächsten Episode für die nächste Folge von Severin. Ach, kommen lassen wir es noch. Nee. Und da fliegen die Kreuze hinüber. Und da fliegen die Kreuze hinüber. Vielen Dank.